We don't get left behind on the road We don't get left behind on the road Jaaa Hallo Leute, schön das ihr da seid. Ich würde mich ganz ganz herzlich bedanken. Wir haben jetzt 50.000 Abonnenten und das ist großartig. Mir fehlen die Worte, ich bin so begeistert. Bitte bleib weiter am Ball und lasst uns wachsen. Und ich synchronisiere jetzt weiter. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch heute zu einer kleinen Synchron-Backstage-Tour. Wir sind hier in Berlin in den Studios von der TV-Plus-Synchron-Firma. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das bei uns im Studio aussieht. Hier haben wir das Atelier. Das ist das Atelier mit der Nummer 2, weil es sind bei der Firma natürlich mehrere Studios. Das ist das Studio 2. Und jetzt gehen wir da mal rein. So, dann haben wir hier einmal den Raum, wo der Regisseur und der Tonmeister sitzen. Wieder einmal schauen. Ja, und wir sind durch eine Glasscheibe verbunden. Und kommunizieren können wir über Lautsprecher. Können wir uns also verständigen. Und jetzt geht es in den Aufnahmeraum. Und hier haben wir einmal den Tisch, wo die Katerin sitzt oder der Kater. Die den Film oder die Serie nachher schneiden. Und hier haben wir dann das Pult und die Mikrofone. Und natürlich auch den Monitor für den Sprecher oder die Sprecherin. Das sieht dann etwa so aus. Und da wir im Moment aus hygienischen Sicherheitsgründen keine Textbücher haben, wo wir blättern, wird das alles digital gemacht. Das heißt, wir haben die Texte hier auf einem Tablet. Oder manchmal sind die Texte auch auf dem Monitor mit eingeblendet. Das heißt, als Sprecher oder als Sprecherin stehe ich also hier vor dem Mikrofon und habe das Bild auf dem Monitor und kann direkt kommunizieren mit dem Kater oder mit der Katerin. Und wie gesagt, die Regie befindet sich hinter der Glasscheibe im Nebenraum und auch der Tonmeister, der die Aufnahmen fährt. Ja, das war es eigentlich schon. Das war ein kleiner Besuch im Synchronstudio hier in Berlin. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss. Hallo ihr Lieben, ganz große Freude. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für 50.000 Abonnenten. Ich bin überwältigt. Und als kleines Dankeschön wollen wir eine Aktion machen. Und zwar wollen wir diesen wunderbaren Golden Spongebob verlosen. Das ist eine limitierte Auflage, eine Limited Edition. Da gibt es nur 10.000 Stück von. Alles, was ihr tun müsst, um diesen goldenen Spongebob zu gewinnen, ist, das Video zu liken und in einem Kommentar darunter zu schreiben, warum ihr den denn haben möchtet. Also viel Glück, alles Gute und liebe Grüße. Ja, das war es wieder mal mit diesem tollen Video. Hier ist das letzte Video. Und hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Dann also bis zum nächsten Mal. Viel Spaß.